Und damit herzlich willkommen bei Outlast 2 Outlast 2 enthält schwere Gewalt, Blut, sexuelle Inhalte und Kraftausdrücke. Viel Spaß! We lost the engine. Fuck! Fuck! Oh! 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 Und ich kann gar nicht sagen, ich kann gar nicht sagen, wie sehr ich mich freue. Es ist einfach so schön, wieder zurück zu sein. Aber herzlich willkommen bei Outlast 2. Ich weiß nur, es fing auch... Oder wir waren zumindest zwischendurch in der Schu... Hier fehlen die Schlösser, wir kriegen es trotzdem nicht auf. Ich geh hier... Oh! Oh! Ich hab noch keinen Kratz an der Kamera. Was für ein Qualitätsprodukt. Fuck this! Das habe ich gar nicht gesehen. Ich dachte, er meint das Feuerchen. Ich filme die ganze Zeit aufs kleine Feuerchen. Und ich fühl mir das... Und ich fühl mir das Feuer! Jesus Christ! Alter! Was ist das? Da, tschau! Tschau! Ab wie vor die Tür! Ich will nicht weitergehen! Hallo! 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 Ich will aber fucking normal nicht klopfen! Ich bin keine Robbe! Fick dich doch! Scheiß Jump-Scares! Oh, Alter! Das ist gerade der fucking Anfang! Eingetüren haben, das ist mir ganz egal. Ah ja, mein Arsch hat einen Schokoriegel. Damit kann ich auch was aufsperren. Mais! Tobi war hier. Bist du dann? findet ihr aufsperren? Oh! Bist du dich gleich aus? Ja! Es ist mal so... Oh. Oh, Jesus! Ich erinnere mich, bei Outlast 1 sind wir immer gerannt wie die Bekloppten. Ich habe das Gefühl, dass das hier ein Fehler hat. Okay, nicht im Gesicht. Fuck you, fuck you! Fuck, 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 fuck! Ich komm von der Klemp, ne? Ich soll hier mein Rohr überprüfen. Das ist, das ist sie. Das Kind Satans. Ich werde mich daran leben, wenn du wirst unsere Augen! Das ist doch ein K...! Das darfst du immer nuances via den Hintergrund! pH Zaden, nein, connectors! Lilly! Wir müssen hil earchen, mom! Gut, wir müssen die, egal. Nein, nein. grues будете! SATAn força ausf attorney, gehen wir gerne. Abonnieren, bitte rein! Lid! Lid! Fuck you! No! You're so cold. I've watched my father fuck your god to death. Blake! Blake! Hush! Lid, no! Wait! No, wait! No! There you go. No! No! Oh! For fuck's sake! Take her home. I wanna share my love with the father. Motherfucker! God doesn't love you. Not like I do. Not like I do. Yes, my love. Well... We have mother. I think I'll see you again. I think I'll see you again. Und die Ich will mir eine Trompete schnappen Und hier mal die ordentliche Marsch blasen. Dutututututu. Wir gehen die lange Straße der Verantwortung. Verantwortung für das, was man sagt. Ach du Scheiße. Boah, ist das mal gemütlich. Oh. Oh, come on. No where. The Outsider kills you. Ah, don't you dare me. Oh! Where am I to the devil? Bin da jetzt ein bisschen unbeeindruckt. Naja. Ich hasse Krähen in diesem Spiel. Oh, their infant stashed pieces all. Their women with child shall be ripped up. Shall be ripped up. F***t euch! Geronimo! Okay, ich weiß wo das Loch war. Also, im Zaun. Ich warte ehrlich gesagt nur darauf, dass die Actionmusik gleich wieder losgeht. Und dann brauch ich gar nicht, ich brauch gar nicht rennen. Ich befeuere meine Beine einfach mit meiner Herzklappe. Nein, nein, nein! Nein, das ist zu riemen. I can hear you something. I am lost. Nein, ich bin es nicht! Aua, ich bin es nicht. Alter, ist das gemein gemacht hier mit der Tonne. Kann ich damit nicht einfach durchs Lager rollen? Boah! Nein! Nein! Ich war's nicht! Au! Ich habe sie nicht getötet! Au! Ihr alten Ficker! Ihr Pferdeficker! Ihr seid alle Pferdeficker! Au! Pferdeficker! Au! Pferdeficker! Wenn die nach hier oben kommen, dann kündige ich. Wenn ich überlege, aus diesen Kreuzen hier... Oh! Pferdeficker! Oh! Pferdeficker! Oh! Pferdeficker! wot? Pferweifster! ...wenn ich überlege, aus diesen Kreuzen hier. ... Ich glaube die meisten Erdlöcher sind nicht so erfolgsversprechend, sowas passiert wirklich nur an Computerspielen. Was zum Teufel ist das denn? Wow, also Respekt. Das ist 100 Pro Jessica. Das war 100 Pro Jessica. Spülwasser. Hier liegen mehr Tote als die Lebendige rumlaufen. Irgendwie da ist noch der Schnitt ganz schön im Eimer. Oh Gott sei Dank. Uah! Iii! Uah! 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 Oh! Uah! 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 Hm! Hat der mir grad nen Bitchlab gegeben... und ich bin hin geklatscht oder weggeklatscht? Oder ich schwitz wie zwei dicke! Au! Alles klar! Die haben offenbar ganz andere Probleme hier. War wohl ne gute Party. Trink! Trink! Brüderlein! Trink! Wieso ist ja eigentlich immer Nacht? Wenn ich einen Sniper hätte, wäre das Spiel viel schneller vorbei. Oh, was steht denn da? Power Generator Station. Wo ich wohl hin muss? Bestimmt in dieses Haus dahinten. Scheiße. Jo, hier oben bin ich! Nein! Ich wollte springen! Nicht über die Brüstung, Mann! Ich bin eine Leiche! Ich bin schon sehr, sehr lange sehr, sehr tot. Und... Oh, ecklich! Oh, tschau. Ah, ist klar. Oh Gott! Ich muss erst mal ganz kurz... Ich muss mal meinen Penicillin nehmen. Ich will nämlich Muschis studieren, weißt du? Ich hab da so einen Kurs belegt. Seht ein bisschen aus wie hier im Aufnahmestudio gerade. Ich muss wieder ein bisschen durchfeudeln. Hier liegen auch über die Leichen rum von den ganzen Entwicklern und so, die ja zu Besuch kommen. Geht nicht! Ron Gilbert! Ich liebe dich! Was? Aber doch nicht... Nein! Was? Was? Was war das denn für ein Hentai-Anus? Ah, so spät schon. Ich muss gehen. Ich hab Tafeldienst. Ich muss ja leider drin bleiben. Und schon wieder die Musikklasse. Es ist schon wieder die fucking Musikklasse. Ah! What? Let's go! Lauf, 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 run, baby, run, baby, run, baby, run! NEIN! Das dauert viel zu lange, Mann! Das dauert auch viel zu lange, der kann doch nicht stehen bleiben und sich im fucking verband anlegen! Alter! Na was? Ernsthaft? Ich komm nicht durch! Ich kam nicht durch, er hat ihn einfach Ach... Boah ist das ätzend Boah ich will hier raus, ich will hier einfach nur raus, ich will hier nicht mehr sein Ich fühle mich hier einfach, ich fühle mich beim Spielen beschmutzt Ich habe gerade das Gefühl ich will mich einfach erstmal gründlich duschen gehen Und ich spiele gerade erst wieder seit 20 Minuten oder so Lasst mich alle in Ruhe! Ich hasse jeden einzelnen... Alter! Hä? Du... Alter! Was? Wo bin ich? Was war das denn? Interagieren mit dem Boden, bist du bescheuert? Wer kommt denn auf sowas? Ganz ehrlich, wenn man sich in irgendwas verstecken könnte, ist es Blut, Alter Ich sehe niemanden! Wer ist denn da? Könnten sie sich ausweisen? Ich heile mich in Ezekiels Blatt auch Ich weiß nicht wer das ist, das war bestimmt die Olle schon wieder Was ist sie? Was ist sie? Okay, jetzt habe ich Respekt Oh Was ist das? Oh 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 Ah! Was? Warum? Ich hab's doch geschafft! Blöde Vorgelfrau Das ganze Dorf müsste sich eigentlich vor dem Beichstuhl versammeln. Jeden Tag. Wieder und wieder. Aaaaaahhhhhh Let her rest vor allen Dingen. Aua! Und dein schlimmstes Erlebnis in Outlast? Ja, ich bin grad gekrochen und dann voll mit dem Gesicht an so einen Kaktus reingedrückt. Leide Kind? Oh Gott! Mit der kleinen Krawatte und den kleinen Hosenträgern! Oh! Schnauze Musik! Was? Das sind zwei! Oh, was für Ficker! Was für Ficker! Das sind ja brachiale Ficker! Ich hasse diese brachialen Ficker. Die brachialen Ficker lassen natürlich nicht locker. Die hängen jetzt zwei, fünf, zwei bis fünf Stunden hängen die einfach rum bei der Mühle und suchen irgendwen, der schon langs weg ist. Oder sein könnte. Warte mal. Ja, ja, komm. Hä? Schon tot? Toll. Okay. Ähm, ja. Halleluja! Halleluja! Hallo Julia! Was? Weeeeeeeetah! Mein Bett im Kornfeld! Das ist immer frei! Denn es ist Sonntag! Und was ist schon dabei? Ciao! Ich hatte gerade nen Pümpel dabei! Death by Pümpel! Ich bin nicht begeistert! Nooo! Ich finde das nicht gut! Ich bin gar kein Verbreiter der Lügen. Was soll das denn? Ich bin auch keine klassische Media! Oh! Oh! Hab ich auch so gelesen! Ciao! Juppidi-doo! Juppidi-doo-dey! Ich bin gerannt! Ich bin gerannt! Ich bin gerannt wie der Wind! Alter! So! Nein! Ihhh! In die Fresse! In die Fresse! Halt's den Maul, Oma! Ihhh! Mit seinen Kackehänden! Hier, Autobahnkreuz! Gleich müssen wir ab! Immer den Stiefel in die Fresse! Aua! Ein Kaktus! Ernsthaft? Willst du mich verarschen? Da passen wir durch? Nein! Doch, wir passen da durch! Oh! Jessica! 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 Yeah! Entschuldigung! Boah! Ein bisschen frische Luft tut mir ganz gut gerade! Danke! Na, hallo! Okay, Gänsehaut nach innen! Sehr viele junge Menschen gucken ja die Outlast Let's Plays, glaube ich. Was war das? Das ist der Wallrider, oder? Oh! 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 Der Windows-Sexy-Diode, und hier... Naja... Gronkh ist ganz schön herablassend geworden. Jetzt weiß ich Bescheid. Germany's Next Topmodel, die späten Jahre. Und hier wieder mehr Views durch Busen. Oh, wir kriegen eine Batterie, oh Gott, spielen! Oh, noch eine Batterie. Oh Mann, oh Mann, oh Mann! Ah! 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 Alter, pfu! Apropos Pisse aus dem Arschkotzen. Ah! So, sorry. Ah! Alter, was? Und die Hand des Herren griff mich an... Au! Fuck it! Hey, psst, psst, ich brauch deine Hilfe! Oha! Au! Hilfe! Stell dich mir anders vor. Was genau hat er jetzt gemacht? Ich weiß es einfach nicht. Dann hier nach oben. Um... Ah! Oh! Oh, oh! Oh, 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 oh! Au! Hä? Oh! Oh! Was war das denn? Das war der komische Typ von vorhin. Wo soll ich denn hin? Soll ich mich im Zelt... Ich könnte mich im Zelt vergriechen? Wir haben den Korn gefunden. Äh! 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 Oh! Aua! Hä? Was mach ich hier? Hallo? Äh, Hilfe! Ich kann mich nicht bewegen. Ich bin irgendwo reingeglitscht. Äh, wa... Was? Ich bin irgendwo reingeglitscht und was? Was? Das ist ja... Das ist keine Pisse? Das ist keine Kacke? Was ist das? Das ist Packe oder Kisse. Das ist so... Ich hörte es. WTF? Erstmal ein Video gucken. Ähm, äh... Ähm... aaaahhhh! Whaaack! Aaaahh! Whaaack! Aoh! Pffh, neu! Wie bescheuert legen sich die Leute alles zurecht!? Dale, des war dasECCoach. Jetzt sage ich Its grubigeres Lohrhöack! Expöst Hallo! Asynchron. Was zum aktuellen Fick des Tages? Der zieht doch wohl nicht seine Hände da raus. Der wurde doch mit Seilen befestigt, oder? Nein! Oh Gott, nein! Du das nicht! Au! 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 Nein, ich mach das nicht! Das tut doch weh! Au! 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 Fuck! Wenn ich auf H drücke, ist das wieder verschlossen. Alter! Au! 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 Free! Your face! Hier! Hier! Och Hier ist Hier ist Hier ist Hier ist Hier ist etwas Hier ist Bis zum nächsten Mal.